So, Freunde, David hat hier noch einen Schmankerl und zwar die ProCard War Fanshape von Klasik. Ich glaube, preislich weiß ich gerade nicht, wie wir überlegen gerade, aber ich denke mal so 50 bis maximal 60 Euro wird die Kosten. Und ja, na dann, David, Fran, Martin, macht eigentlich schon janken Amt, die Omsen. Lauf, David, lauf! Sonst mache ich wie ein Guardian-Leviose. Bei dem Wind nicht gut. Achso, ich muss ja weiter weggehen. Was hast du? Ja, ja, ich habe schon. Ich muss nur weiter weg, weil ich kriege einen Strufse. Und schon wieder weggehen. Ja, ich weiß nicht. Aber ich communist erwarte. Ich habe leider immer noch nicht alles draufgekriegt, obwohl ich schon mindestens 50 Meter weg bin. Das fächert sehr weit. Wahnsinn.